Ja, dann wollen wir in unser Dokument noch eine Grafik oder ein Bild einfügen. Dazu brauchen wir hier entsprechend den Bildrahmen. Klicken wir an und ziehen eine entsprechende Fläche auf. Ich mache mal das ein bisschen so. Dann nehme ich das Bild, ziehe das hier rein und lasse das los. Und dann sehe ich auch gleich, was passiert. Wenn ich hier draufgehe, dann sieht man, das ist hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem Bild. Das Bild ist eigentlich riesig. Und wenn ich möchte, dass das hier ganz sichtbar ist, dann klicke ich auf diese Schaltfläche an den Rahmen anpassen. Ich kann aber hier auch mit diesem Regler kann ich noch weiter dem Bild zoomen. Ich kann hier sogar spiegeln, kann es hier sogar oben und unten spiegeln. Und mit dieser Funktion kann ich hier praktisch sagen, das Bild soll an diesen Rahmen angepasst werden. Und wenn ich hier noch die Hand habe, dann kann ich hier dieses Bild noch weiter verschieben, sodass ich praktisch in diesem Rahmen nur diesen Ausschnitt habe. So, passen wir es noch mal an. Wenn ich das Bild selber anders positionieren will, dann klicke ich die Steuerungstaste. Und mit der Steuerungstaste, da sehe ich, dann kann ich praktisch dieses ganze eingefügte Bild noch mal verschieben. Und jetzt wäre noch interessant, wenn ich jetzt das Bild hier über den Text schiebe. Da möchte ich ja eigentlich, dass der Text sichtbar bleibt. Das heißt, ich muss dem Bild jetzt noch entsprechend zuweisen, dass hier der Textfluss sich verändert. Das mache ich hier unter Objekt, umfließen und dann kann ich sagen, beidseitig und einen Abstand könnte ich auch noch eingeben. Sagen wir mal 3 mm. Okay, und dann sehe ich schon, ich kann hier das Bild dann entsprechend verschieben und der Text wird dann entsprechend verschoben. Okay.